Ich hab einer auf Fenster. Oh, au, 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 au. Ich hab einen auf Fenster. Au, au, au. Au, au, au. Oh, Leuchtenfell. Ja, der füllt. Wie drückt ihr? Teleport, Fragezeichen. Ja, okay. Voll Spall in der Brühe. Ich würde aber ganz gern. Den Willen verstehen? Oder teleportieren? Teleportieren. Ich würd gern Fire-Salve. Ich wünsche euch viel Spaß. Geht schon. Der Weg mit der Tür. Der Nächste. Überall. Überall. Alter Matze, wie sie sie wegfotzt. Dauer auf das Schild, es blinkt überall. Das ist die am meist overpowerste Wunderwaffe, die es gibt. Oh, aller Zeiten. Ja, willst du sie nicht mal upgraden, Matze? Ja, doch. Ich würd gern teleportieren. Ja, ich auch. Ja, ich bin aber grad nicht da. Lasst mich hin. Ruhe, ihr Viecher. Ahhhh. Jetzt können wir weiter. Ahhhh. Verkunft zurückgegeben. Ja, ich geh jetzt kurz. Mit Verkauf noch. Es dauert noch länger, bis wir teleportieren anscheinend. Jetzt hat jemand die Lister. Okay, ich komm zurück. Zum Teleporter. Schickt euch. Ich würde gern. Ich würde auch gerne. Verdammt, ich hab keinen Saft mehr. Wer zuerst dran ist. Erster. Wichser. Meins. Ich will jetzt mein Klagelied. Ja. Mein Klagelied. Du kannst es versuchen. Hat die Klagelied immer dieses coolen Visier. Du kannst es versuchen. Hat die Klagelied immer dieses coolen Visier. Mazi hat die Klagelied immer dieses coolen Visier. Ja, es geht sicher. Wenn es dieses Rote ist, dann ja. Deine hat es ein gelbes Dreieck. Ach, interessant. Nein, das ist noch nichts anderes. Oszillator und die AUG 50 M3. Nichts über die K11. Alter, die K11 abgegründet ist lustig. Wir sind der Kraft von 1000 Sonnensterben. So. Ich bin wieder hier, wo ich das letzte Mal auch schon war. Ich hab ne Filmrolle. Nein, das ist keine Filmrolle. Ich war in so nem Arzt. So ne Art, äh, Zahnarztpraxis. Alter! Achtung, Achtung, Achtung! Bäm! Oh nein, was ist dein Herz? Ahaha! Das ist so geil! Und die New Day liegt stärker und die ist echt ein bisschen okay. Nur ein ganz kleines Bisthin. Ach. Ich hasse diese Novakaz Explosion. Ich kämpfe mich in Anführungszeichen mal zur Füde zurück, in Wahrheit laufe ich Slalom. Alter! Oh, wie schützlich für dich für Männerricht. Achja, also Runde 28 oder 29 war unser Rekord hier. Das ist verdammt. Ich überlebe das Problem bloß. Das wird lang. Das? Mit Hunger. Es ist 17, ach Gott. Es ist 17 und 44, ja. In einer Viertelstunde geht das Spiel los. Und ich hab Hunger mehr. Welches Spiel? Hä? Tegernbach, Fernbach. Achso, da wo du nicht kommen kannst, weil du verletzt bist. Ja, und ich würde gerne zuschauen. Ja, das... ja. Wir haben eine Treffung hoch und da haben wir um eine Spendung in 40 Minuten verzögert. Okay. Also ich bin heute leider fast Adam auf auf. Ich noch nicht ganz. Mit jeder Waffe. Ja, ich bin glücklich. Wow. Echt? Ich weiß, dass er ein Wörter mit dabei geht. So. Ahahahahaha. It's the kill. Ah, Jungs. Warte, dann kann ich nifen. Ja. Danke. Bitteschön. Kein Problem. Oh nein. Dann hab ich das Bowie-Knife. Das muss schon gehen. Oh nein. Dann hab ich ja auch. So trotzig muss man einfach sein. So. Die Porta wieder geht verlinkt. Schön. Wollt ihr schon wieder upgraden? Ne, ich hab probiert. Ich höre immer mal Speed-Cola. Ganz lauer warm. Das passiert, wenn man nicht vorbei angreift. Ich brauch das zum Glück. Was passiert? Hast du ja etwa eingestuhlt? Ahahahahaha. Nein. Der Porta-Ballor hat nur ein paar Beine von Zorn nicht überlebt. Ray Gunschuster, das ist der Green Meade. Kapisdei. Diese useless Weapon. Ja. Das kenn ich aber. Okay, jetzt noch ein zweites Tag. Ich gehöre durch Schuster. Wow. Dann hat jemand den Meute mit sich geführt. Die Meute. Nee, das meine ich nicht. Ich gehöre durch. Der Fabi ist ein Nice-Tobie. Weil ich's kann. Okay. Gehst du schnell mit, dass ich Kiste gehen kann? Äh, ja. Ich hab keine Munition mehr. So direkt. Vielleicht jetzt mein Max-Ammo. Drei Mal Nice reicht. Hat der Block nicht? Nein. Der Fabi in nem Moment bist. Der Takt-Tobie hat mich gebraucht. Boah. Wie bin ich da rausgekommen. Danke, dass du hier drauf bist. Ich rette mich auch. Hast du das? Oh Mann, jetzt hab ich... Oh, jetzt hab ich kaum keine Punkte. Fast mehrere Raygun. Und er hat geradited. Fabi, komm rum. Ich hab's schon. Ja. Oh, das wird heftig. Ach so. Ah, wunderbar. Ja! Willkommen im Bereich der Raygun-Besitzer. Hallo. Niemals menschlich. Wo ist die Kiste? An der dreckigen Position. An der dreckigsten, die es eigentlich um mir eigentlich geht. Ja, so ziemlich. Meine einzige Waffe. Ah, ich hab da noch ein bisschen Muni damit. Das ist weit leer bei mir. Das war einfach. Alter, verbrich dich jetzt, alle hässlichen Zombies. Runde 21. Ich habe nichts besseres zu tun, als zu messern. Während ich dir den Rücken reinhalten darf. Alles viel zu einfach hier, bitte. Ja, okay, ich darf dir den Rücken reinzuhalten. Die Nova-Crawler stecken nur so Hard-Skill ein. Max Ammo! Max Ammo! Dreißig der Herren! Ach, komm, und ich geh down. Ich lau. Alle bei mir ist... Hallo. Ich schmeiß ne Monkey Bomb. Machste. Ja. Hallo, ich hab keinen Perk. Ich hab mir aber jetzt wieder einen Leisten. Ham! Schlauze. Ja. Weidemang? So. Eine Schneise der Verwüstung. So, zur Sicherheit. Die war so unnötig. Ah, ja, ja. Auch ein blindes Huhn kann die Zeit nicht zurückdrehen. Ja, die Monkey Bomb. Alter, hat jemand 21.000 Punkte. Ach, ich hätte... Ich hätte einen Granat, werfe auf meinem Ding drauf. Hätte ich gerne. Ich wünschte, ich könnte es nicht gehen, aber es geht leider nicht. Ach nein, ein Shotgun. Seit wann hat die Farmers einen Shotgun-Lauf? Äh, seit du sie abgedradet hast. Geil. Vermutlich. Also die Feuerrate der abgegradeten G-11 ist... Abartig? Ja. Cool. Und ich habe keinen Double-Set. Darf mich umzubringen jetzt? Ich weiß, die ist abartig. Aber das ist die einzige Harter. Also... Ein. Eine Harter. Die einzige Harter an dem Ding ist jetzt... Nein. Nein. Ach. Ohne Perks und so, ja. Das ist heftig. Ja, und mich spackt sie in der Mauer rum. Ich bin grad in der Mauer gewesen. Oh, wunderschön. Ich liebe dieses Ding einfach. Du könntest mal draufgehen, dass ich sie auch rausziehen kann. Ich bin grad auf die Sau, warum sie in meinen Händen am besten aufhören. Au. War er sei. Ich will hin. 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 Ich glaube, 10 Punkte... ...zu den Mal noch ein bisschen. ...dann sie hier in ein paar Karten rauskriegen. Nein. Keine Fall ist es heifer. Ich will hin. Ich will hin. Ach, komm. Ein jämmerlicher Eingriff. Ja. Sobald geht mir die Muni damit aus. Ich muss dann bald in meine Upgrade gehen. Nein. Ich muss noch keinen Raketenwerfer. Ich hole mir jetzt erstmal Jugga. Ganz ehrlich. Ja. Das ist doch bitter. New. Ach komm, jetzt habe ich gar nicht einen Monkey-Bunk geschlossen. Die Nuker. Ja. Kommando. Die könnte ich upgraden. Jugga. Cool. Ist auch unatmisch weiter am Anfang noch echt cool. So. Hier hinten geht drauf. Strom verlässt ein. Das ist ein bisschen zugegeben. 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 Schon wieder. Vielleicht. Langsam muss ich echt zugegeben. Bei der Rager. Ähm. Ich kann nicht meine Klage-Liebungen nicht haben, wenn ich nichts kaufe. Wobei. Kann ich mal ohne RPK. Ja. Vielleicht ziehe ich sowas mit Monkey-Bomb. Das ist cool. One hit down. Mit Juggernaut. Alter. Kassel. Ja, ich... Ich beeil mich ja. Ist egal. Ich gehe eh gleich drauf. Fail. Also die AW nehme ich nicht raus. Barbie. Schaffst du Philipp? Ah. Ah. Das wird Kämpfer. Der kommt wirklich. Raygun. Und meine letzte Monkey-Bomb. Ah. Lasst mich in Ruhe. Du Treppe. Oh, du hast es über die Treppe geschaut. Gebürde die Faust des Kaisers. Hey, Teamon. Sehr gut. Vielen Dank. Ich habe mich am Anfang glamiert. Ich bin auf dem Weg zurück. Jetzt nicht mehr. Du Hitsbomb-Hit. Ist toll. Aber eng. Zwei Hits sind einfach zu wenig. Meine Waffe hat kaum noch Erde. Oh, das ist schon... Wow, ich habe keine Monkey-Bombs mehr. Das wird also fast unmöglich, wenn die Runde nicht aus ist. Ja, ich weiß. Wie nah ist unsere... Direkt vor mir. Lauf! Gleich, 20, gleich. Oh, schlecht. Egal. Wir sind zu retten Leben, verdammt. Nein! Nein, Philipp! Alter! Das zeigt wohl, wie hart das es jetzt schon ist. 1,20! Nein! Ich hab hier aufgeschossen. Alter, beweg dich doch nicht die ganze Zeit. Ja, ich muss dich ja dämpfen! Alter! Ernsthaft, ich hab mich selber down geschossen mit der Ray. Alter, du Held! Wo seid ihr? Speedpuller. Oh Gott, der kommt noch nie durch. Der Marsch der Welt. Stromfall, die aktivieren. Ja, perfekt. Versuch's bitte einfach. Versuch's so viele mit Fallen aufzuhalten. Ich hab euch 20 Mal gerettet! 20 Mal! Nein! Du hübscher Chinese! Schau mich doch mal an! Was von Rot! Der Paum alter Typ! Der Paum alter Typ! Ja! Ja! Ein abruptes Ende! Schade eigentlich! 17.53, ich komm rechtzeitig noch zu meinem Spiel! Schade! Du Schwein! Nein! Und ich wollte auch die Zeus-Kanone unbedingt haben! Matze hat 5 Kills zu wenig gemacht! Ja! Ich wär teuflisch gewesen! So bin ich glaube ich nicht! Okay! Alles klar! Dankeschön Leute! Macht's gut! Auf Wiedersehen! Das nächste Mal! Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn wir den Präsidenten der Vereinigten Staaten spielen werden! In 5! Richtig! In der Möcke 5! Auch von mir, tschau Leute! War eine coole Runde heute! Und ja, wenn es nicht am Anfang die Schwierigkeiten gegeben hätte! Also, bis morgen! Tschau! Tschau! Tschau!